Weißt du was? Ich stelle Reds tot in. Da haben wir 30 Sekunden lang mehr HP. Alle. Das ist nice. Was über Ehrschattiert mit dem Z kommen wird. Ich habe 120 Sekunden. Ich bin voll. Ich habe 10 Sekunden. Ich bin voll und ich habe 20 Sekunden. Ich bin voll. Ist das gut? Ich bin voll. Ich bin voll. Ich bin voll. Bei 9 mache ich Skrivet Lane. Ja, die kommt zu können. Ja. Alter, los, 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 los. Spät, hätte ich. Easy. Das ist richtig gut. Brake-A-Bill. Das kann man heute nicht laufen, ja. Was? Okay, ups. Wenn du jetzt auf 1 oder 2? Alles gleich kicken. Okay. Slow-Faster suckt. Du kannst den Boss wieder hochspotten, wie du willst. Vergiss den Zeitpunkt, bei ca. 50. We're Redneck's Bane's up. 2 Sekunden bis jetzt. Den 3. Ich brauche 2 Sekunden bis jetzt. Das müsst ihr mir sagen, nicht. Ich euch fragen. Los Pilot 10 kurinos. Du brauchst Self-Hunter spielen. Feilenbomb. Wo doottisch Netz. Obwisch nutz mit den nächsten, wenn 10 Sekunden läuft. Tipp für Lawpt。 Also noch eine표. Hey. Mach ihn halt was. Weck weg 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 Noch mal vormoven wenn die adds spawnen Was spawnen du? Pass hinten auf Googlen Add spawn jetzt gleich Geht schonmal Wenn schonmal hin Äh, ich bin weg Add come Add dark Verkackt Wenn du auf den O-Sound ist add da wat noch wirst du spawnen Halt die Leute hoch Ach du schalt die rote Dings Kannst du dir einen Reinhand geben oder sowas? Iris, mach mal HB Bloodlast, Bloodlast HB Oh, das war faszin kurz Gong, Heal-Bot nehmen Go, ist Add nos stirbt Er blickt ihn nach hins Er blipps jetzt die guten Heal-CDs Ich bin gleich oben Ich hab jetzt gekickt Alle auf die rechte Seite rein Kannst du den Boss nehmen? Ich hab mich jetzt zu töten Bevor wir in die langsam gehen Wir haben alle jetzt Heal-CDs Keine Ahnung, stacken, stacken Und dann fikt uns trotzdem Steigt sich einfach über dem Add Steigt sich einfach über dem Add Geht erstmal das Add Aber ich kick das Add Ja, bin drauf Jetzt die kleinen Adds noch nöt Denkt an den Side-Kanal Mein Valk Khmer Und noch meinen Krim Hunter Seitwärm aus Komm wir nix Wenn einer stirbt, instant renzen. Alles reichen Kugeln. Beim nächsten Head gehe ich nach rechts. Kicker mal, oder? Weil er braucht's mit dem Leben. Ich gehe nach rechts. Jetzt kann er es nicht. Ich habe ein Schnappel kicked. Hey, laufe ich noch. Kill den, kill den. Nein! Der hat Call, also nicht instant kick.